Ihr habt sicherlich auch alle gehört, ab Montag gibt es kein Kontaktverbot mehr in unseren Verkaufsräumen. Das heißt, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt uns besuchen, ihr könnt persönlich mit uns sprechen. Natürlich unter der Vorgabe der üblichen Hygienebedingungen, die werden wir noch anpassen und die kennt ihr auch alle selbst. Aber wenn es euch zu Hause nicht mehr hält, hier, kommt zu uns in die Autohäuser.